Herzlich Willkommen bei SBAS V. Jemand hat mir mal beim Wendelbau die Frage gestellt, warum wir die ganze Fläche korken und nicht nur direkt unter den Schienen. Mit diesem Video möchte ich dieser Frage nachgehen und eine kleine Praxisstudie machen. Und zwar gibt es ja im Prinzip drei Möglichkeiten zu korken, einerseits direkt bis zum Schienenrand, andererseits lässt man unten den Kork noch etwas überstehen oder man tut wirklich dann großflächiger korken, dass hier eine grössere Fläche Kork noch übrig ist oder vielleicht sogar die ganze Trassenfläche gekorkt ist. Ich werde das so machen, ich habe hier drei Kreise aufgebaut mit den drei Märklin-Schienen, die es gibt oder gab. Der Vollständigkeit halber nehme ich auch das Metallbleis dazu. Und dann werde ich einfach ohne Kork, mit wenig Kork, mit etwas mehr Kork, wenn die ganze Fläche gekorkt ist, den Zug drüber fahren lassen und wir nehmen verschiedene Messungen vor, respektive wir nehmen auch unser eigenes Gehör mit zur Hilfe. Lass uns loslegen. sehr schön. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Ohne zu messen hört man schon deutliche Unterschiede in der Lautstärke Das Metallgleis ist mit Abstand das lauteste Das C-Gleis ist immer noch relativ laut Während das K-Gleis auch ungedämpft schon sehr leise ist Für die Messung habe ich mir eine Schallmess-App heruntergeladen Die ist zwar sehr genau, aber weil so ein Phone halt nicht als Schallmessgerät gebaut ist wird dadurch die Messung wieder etwas ungenauer Im Gegensatz kann man aber sehr gut Tendenzen erkennen auch wenn die Kommastelle dann nicht so genau ist Gemessen werden drei Stufen Ohne Kork Mit Kork, der dem Schienenprofil entspricht Und ein Kork-Blättchen, das drei Zentimeter über die Schienen hinausragt Warum gerade drei Zentimeter, wirst du dich fragen? Naja, es ist einfach ein willkürlich gewählter Wert Ich habe auch eine Messung mit grossflächig ausgelegtem Kork vorgenommen Dazu dann aber auch später Zwei Stufen habe ich gemessen Das eine direkt auf der Platte Und das andere etwas oberhalb Ich habe hier eine Box genommen, die ist aus Kunststoff Einem weichen Kunststoff, der also selber keinen Schall übertragen sollte Das ist eine verschiedene Schall übertragen wird Ich habe hier die Schall übertragen, die Schall übertragen wird und seal ab in die sich nur 2 Minuten Ich habe hier in die Schall übertragen, dass sie vorbeigeträgert wobei sie sehen, als Schall übertragen werden Ich habe hier in die Schall übertragen und wenn es in die Schall übertragen wird oder wenn es die Schall übertragen wird Oft doin wird nun ein sehr schönes Klänge Ich habe hier nicht gewertet Also werden die Schall übertragen Ich habe nach links, werde ich vorbeiget Ich habe hier um's, wie weil es nicht aber wir sind zu verstehen, wie schön es geht Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Kommen wir noch kurz zu den Messresultaten. Wenn wir das K-Gleis uns betrachten, dann sieht man sofort, dass beim Korken sowohl direkt auf dem Holz wie auch wenn man etwas darüber misst, eine Reduktion von 5 respektive 3 Dezibel erreicht werden konnte. Der Unterschied, ob der Kork noch etwas überhängend ist, ist sehr klein bzw. nicht existent. Ich denke, die 59 zu 60 Dezibel sind eher eine Messungenauigkeit. Ähnlich verhält es sich beim C-Gleis. Auch hier haben wir eine Reduktion von 5 respektive 4 Dezibel mit Kork. Und ob es jetzt da noch etwas mehr Kork hat, ist mit meinen Geräten nun nicht zu sagen, ob der Unterschied wirklich messbar ist. Und man sieht auch, dass wenn der Kork großflächig ausgelegt ist, gibt es ebenfalls kaum einen Unterschied. Das ist eher Messungenauigkeit. Beim Metallgleis kann man mit einer Dämmung ebenfalls eine deutliche Reduktion erreichen. Der Unterschied ist aber auch hier nicht wirklich vorhanden, ob er jetzt der Kork überhängend ist oder nicht. Die kleinen Unterschiede in den Zahlen können wahrscheinlich auf die Messungenauigkeit zurückgeführt werden. Vergleicht man nun die Zahlen untereinander, so sieht man auch hier deutlich, das K-Gleis ist deutlich leiser als das C-Gleis. In meiner Messung ist sogar das C-Gleis und das M-Gleis in etwa gleich laut. Welche Schlussfolgerungen können wir nun daraus ziehen? Wir haben uns ja gefragt, bringt das Dämmen was? Und wenn ja, wie groß muss die Korkfläche sein? Ja, das Dämmen bringt was, aber es ist gleichzeitig auch egal, ob es jetzt genau auf die Schiene zugeschnitten ist oder noch überlappend ist. Ich selbst höre beim C-Gleis und beim K-Gleis einen kleinen Unterschied, wenn der Kork etwas über die Schiene hinausgeht. Beim Metallgleis habe ich keinen solchen Unterschied festgestellt. Ich denke, der Effekt ist so gering, dass man ihn vernachlässigen kann. Auch haben wir uns gefragt, ob das Rumpeln der Lokomotive gedämmt wird. Ja, das wird gedämmt. Und zwar ist das vergleichbar mit einer Trittschalldämmung unter einem Fussboden. Auch da verwendet man ja häufig Kork. Und es kommt auch hier nicht darauf an, wie groß die Korkfläche ist. Höchstens die Korkdichte hätte einen Einfluss. Apropos Kork. Ist Kork das beste Material zum Dämmen? Es ist sicherlich gut und günstig. Aber ob es auch das Beste ist? Ein Kollege hat dazu eine sehr gute Analyse gemacht. In der Videobeschreibung findet ihr den Link zu seiner Analyse. Ich empfehle sie sehr. Nun, manch einer könnte ja sagen, ja, so eine Dämmung um 3 bis 4 Dezibel, das ist ja gar nicht viel. Man muss dazu wissen, dass das O logarithmisch hört. Und wenn hier nur ein Unterschied von 3 oder 4 Dezibel ist, von Kork zu ohne Kork, dann ist das schon relativ viel. Denn eine Abnahme um 6 Dezibel bedeutet eine Reduzierung um die Hälfte der Lautstärke. Oder andersherum, eine Zunahme um 6 Dezibel bedeutet eine Verdoppelung der Lautstärke. Also man erreicht hier doch relativ gute Ergebnisse, auch wenn die Zahlen eigentlich implizieren, dass es nicht so viel ist. Nun, ich werde auf alle Fälle ein Korken. Ich denke, wenn mehrere Züge unterwegs sind, ist das eine gute Sache. Und manch einer von euch, wie auch ich, haben ja auch Nachbarn im Haus, dass es für diese nicht allzu laut wird. Was ich nicht berücksichtigt habe, das ist der Landschaftsbau. Ich meine, wenn da noch Gras rundherum ist, an Fällen Schotter noch da liegt, oder Gipskonstruktionen, das alles hat dadurch auch einen Einfluss auf die Schallausbreitung. Aber ihr seht schon, das ist ein sehr komplexes Thema. Das kann ich hier mit einem kleinen Praxistest nicht abhaken. Es ist ja so, das ist keine wissenschaftliche Analyse, sondern nur ein Praxistest. Dafür waren meine Messgeräte viel zu ungenau. Aber man kann doch sehen, es gibt ein Resultat, es gibt eine Tendenz, man kann auch vergleichen. Wie wir gesehen haben, das Metallgleis ist das lauteste und das K-Gleis das leiseste. Ja, das wär's für heute. Lasst mir gerne eure Kommentare dazu oder auch eure eigenen Erfahrungen mit Dämmung. Bis zum nächsten Mal. Eine gute Zeit. Euer Valentin. Euer Valentin.